Au! Willkommen zurück bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind im ersten Jahr und sind im Wald, denn wir mussten eine Kreatur hier hervorfolgen, die Einhörner fressen möchte. Und jetzt hat Harry diese gefunden und wir suchen sie jetzt. Das heißt, wir müssen dahin, wo Harry ist. Und Harry... Au! Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung! Und Harry ist da vorne anscheinend, wo es rot ist. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Anscheinend wäre Harry doch nicht hier. Aber wir kommen näher. Danke, Hermine. Ich wollte nicht unbedingt, dass du zweimal Ron abschießt. Das war nicht der Plan. Aber gut, dass du es versucht hast. Oh, da bin ich dran. Das sind 10.000... Das sind 13.000? Wow. Das ist eine Menge. Los, Fang! Ausbuddeln! Aber erstmal Wasser. Oder geht's dir weiter? Ich glaube, es geht dir weiter. Das heißt nicht Wasser. Das heißt erstmal hier hin. So, eine haben wir. Die anderen müssen die anderen beiden besorgen. Die hängt da oben fest. Okay, jetzt muss ich gucken. Wie stelle ich die am besten auf? Hallo? Ich muss die hier rausholen, weil sonst... Ich hab gebackt. Das Ding backt mir. Das Ding backt mich kaputt. Hallo? Ich bin... Hallo? Hallo? Okay, wo kommt das her? Wo kommt das her? Hier? Ich muss aufhören... Okay, gut. Ich hab's aufgehalten. Huh! Das war anstrengend. Okay, kurz gucken. Ich muss da rankommen nur. Das heißt, ich mach eine Brücke. Wie die Brücke aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich mach eine Brücke. Das sieht gleich so schlecht aus. Was muss das noch? Da hin? Nein, das kann man drauf bleiben. Na, nein. Das will ich benutzen. Das will ich ein bisschen... Okay. Nochmal. Blau. 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 Aufstellen. Und jetzt gelb oben drauf. Das war echt so schwer, oder? Jetzt muss ich hier rauf. Hopp. Ah, so nach dran. Okay. Plan 2. Was ist, wenn ich das so mache? Warte. Grün. Dann gelb. Können die mal alle weggehen hier? Oh Gott, Leute. Geht weg. Ihr macht's gar nicht einfach, für mich zu arbeiten hier. Oh mein Gott. So. Oh nein. Jetzt ist Blau wieder in der Dauerschleife. Natürlich. Was sonst? Nein. Ich brauch das. Nein. Ich brauch die Blau. Ich brauch Blau. Nein. Oh Gott. Ich brauch Blau. Ja, danke. Dankeschön. Jetzt muss ich das vielleicht da drauf machen. Geht das? Es hält. Gleich doch hoch überhaupt. Ah, warte. Das könnte funktionieren. Nein, jetzt nicht mehr. Ich drehe durch hier. Nochmal. So, ich weiß, dass ich das da brauche. Warte. Ich hab einen Plan. Ich hab einen neuen Plan. Plan 1. Grün. Plan 2. Blau auf grün. Plan 3. Gelb auf blau. Und Plan 4. Ich hasse es. Plan 4 war eigentlich alles aufzustellen, aber das funktioniert nicht, weil Grün ich möchte. Ah. Ah, komm schon. Das ist der Terror. Ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Rätsel gerade. Komm schon. Ich will sie aufstellen. Er ist schon halt bereits am Aufstellen. Was ist das denn? Ah, guck mal. Hier zählt es so. Grün. Nochmal. So. Eingeklickt. Eingeklickt. Und gelb. Eingeklickt. Okay. Drauf da. Oh, das war schön. Das tat gut. Jetzt muss ich so umlaufen. Na toll. Obwohl, kann ich ja was machen jetzt? So. Reicht das nicht schon? Ist von grün auf blau. Ja, perfekt. Ach, guck mal. Hat doch schon funktioniert. Ach, das war anstrengend. Es war nicht einfach. Aber wir haben es geschafft. Und da ist alles, was zählt. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Harry retten. Harry. 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 Why are you? What could you be? Okay. I wonder where Harry could be. Oh, das bisschen Wasser. Und der Mini war gerade wieder fast gefangen. Warum schwimmt sie so komisch? Hundi, Bundi. Komm her. Deine Aufgabe. Muss buddeln. Warte, erst mal gucken. Kann ich irgendwo noch ran, wo ich lang könnte vielleicht? Nein, okay. Dann Hundi, buddeln. Wasserhunde, buddeln sollst du hier, wenn ich fragen darf. Oh. Natürlich. Was frage ich auch so blöd? Ich muss die Fische retten. Die am Fischis. Wir haben das nicht verdient. Komm, Fischis. Ich rette euch. Einer noch. Ah. Und ich habe das Gryffindor-Abzeichen bekommen. Ich glaube schon. Ja. Gryffindor. Weil ich mutig war. Und freundlich. Und so. Mist. Aber der. Hermione. Hermione. Ah. Mach jetzt. So. Toll. Oh, warte. Das muss. Das muss. Das muss Helpgrid machen. Oder der Hund. Anscheinend. Geht auch klar. Okay. Das ist ein sehr, sehr starker Hund. Gut zu wissen. Und hier ist die Kiste. 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 Okay. Aber ich habe gleich auch keinen Schlüssel dafür. Nope. How could do? Ne. Leider nicht. Okay. Dann gehen wir. Oh, warte. Jetzt gehen wir weiter. Ich muss schon alles mitnehmen, was ich finde. Genau wie das da. Oh, ja. Das reicht nicht. Ne. Ich brauche den Blauen schon wieder. Blauer. Absetzen. Brav. Danke. Helpgrid, du bist auch stark. Kannst du was dagegen machen? Nein. Das sieht nicht so aus. Okay. Dann nicht. Dann zurück zu Hermione. Weil ich mag Hermione. Ich bin mir sicher, in den Kisten sind immer goldene Steine drin. Da bin ich mir sehr sicher. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das drin sein wird. Und die roten Sachen sind noch andere Zauber, die ich nicht habe. Da bin ich mir auch sehr sicher. Oh, guck mal. Ich habe es fast geschafft. Ich habe fast genug. Okay. Ne. Ja, ja. Zusammenbasteln. Zusammenbasteln. Machen wir den Baum wieder. Oder sowas. Ja. Ich habe einen Baum gemacht. Natürlich. Weil so funktioniert Natur. Wir machen Bäume. So. Wir sind bei 70% ungefähr. Egal. Ich werde da ran. Mal drehen. Ah, ne. Mal ausbreiten. Ah, okay. Okay. Und ich werde direkt hoch teleportiert. Das ist auch sehr freundlich. Wäre nicht nötig gewesen. Aber ich nehme es. Ah, hier muss ich lang. Okay. Nicht, geh weg. Achso, warte. Ich muss hier anschießen, ne? Ja. Ich muss hier anschießen. Da war etwas. Gut. Darum komme ich nicht ran. Und hier rein. Hurry, hurry. Da bist du ja, Harry Potter. Hurry, Potter. Oh nein. Oh nein, wer ist das bloß? Oh, ein Centaurang. Yeah. Die Frisur. Ah, wie gut. Die Frisur ist der Hammer. Ein Centaur, Harry. Jetzt jagt er ihn durch den Wald. Leider abgeschlossen. Oh, ich habe leider nicht die richtigen Sachen gesammelt. Schade. Hauswappen. Oh, ich habe Gryffindor und Hufflepuff. Das ist nett. Und ich habe, glaube ich, 70 Prozent ungefähr. 69 oder so. Ah, 74 sogar. Wow. Besser als ich dachte. Und das sind wieder 51.000. Das heißt, wir kommen schon auf die 400.000. Das ist nett. Und wir haben die Schüler gerettet. Das ist ein goldener Stein für mich. Von 200. Ich habe jetzt 27. Ja. Ja. Ich bin nah dran. Ich bin sehr, sehr nah dran. So, was kommt mir jetzt von der Story hier? Wir waren jetzt im Wald. Und jetzt geht es? Geht es jetzt zu dem Hund? Oh. Irgendwas schleppt er da. Das heißt, wir verfolgen ihn wahrscheinlich jetzt. Erstmal aufbauen hier. Eine Statue und eine Rütterrüstung. Wie, kriege ich jetzt keine Belohnen dafür? Ich habe die aufgebaut. Ich meine, ich habe es euch ja auch zerstört. Fair, aber trotzdem. Äh, was? Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Warum spucke ich Sachen aus? Ey, da ist unser lieber Freund. Der Quidditch-Spieler. Hi. Hallo. Ach stimmt, du machst ja die Treppen. Da war ja was. Hi. Meine Ratte macht was. Oder meine Ratte macht nichts. Kann auch gut sein. Meine Ratte macht doch was. Was macht meine Ratte denn? Oh, meine Ratte hat schon was gemacht anscheinend. Okay. Fluffy. Die Harfe ist kaputt. Jetzt ist Fluffy aufgestanden und wütend anscheinend auf uns. Immerhin versucht er etwas, Hermine, okay? Helf uns. Danke. Für nichts anscheinend. Harry, du bist nicht hilfreich. Ah. Oh, Squeaky Toy. Oh. Oh. Er ist fröhlich. Oh, das ist niedlich. Er ist fröhlich, weil er hat sein Quidditch-Äntchen. Siehs. Schlafe jetzt ein. Du wirst schon bald ein Wau-Wau-chen sein. Ich nimm dieses Ding und geh hinab. Denn dieses Lied wird langsam echt knapp. Oh. Ey, man würde nur einer von uns angefangen haben. Okay. Es wird nur einer gefangen genommen. Das ist schon mal gut. Ah, Teufelskraut. Es wächst in der... Es wächst hier voll Wonne. Doch... Doch... Blah in der Sonne. Das ist es. Teufelskraut... Teufelskraut hasst Sonnenlicht. Ja. Ich weiß, wir müssen irgendwie... Wenn wir es weglaufen oder so? Nee, oder? Nee. Das wäre so ein Zeitding. Aber nö. Oh. Was, wir sind die Jagen oder wie? Warte, Harry. Da ist doch hier ein Besen. Nimm den doch. Sir, kann ich den Besen haben? Hallo. Okay, so ist es natürlich auch. Nein, nicht Hermine. Nein, nicht Hermine. Harry. Harry. Du musst das machen. Du bist der Auserwählte. Hallo, wie? Wie nutze ich die nochmal? Nein. Aber... Hä? Wie nutze ich die nochmal, den Besen? Ach, so. Okay. Einfach drauf gehen. Anscheinend. Gut zu wissen. Hoch. Jetzt muss ich ihn abschließen. Ich muss durch die Gegend fliegen. Ich will das Ganze gerne ansammeln. So. Ach, er findet immer mehr Sachen. Deswegen ist es richtig. Ach, perfekt. Wir haben den Schlüssel, Leute. Wir haben den Schlüssel. Wer wollte ich das machen? Wo ist der Besen? Da. Wie hat er das mal gemacht? Wie wird er aufgesprungen? Wie wird er aufgesprungen jetzt? Wie? Wie? Einfach drauf springen? Hä? Ach. Okay. Mit Y anscheinend, wenn ich draufgehe. Cool. Weil ich will das gerne machen. Warte. Ach, danke schön. Ich würde gerne mal da reingehen. Guck mal, was da drin ist. Oh. Ey. Guck mal. Neugierd zahlt sich aus. Wie schön. Neugierd zahlt sich aus. Wie toll. Also, welcher von diesen schrecklichen Schlüsseln ist jetzt der für die Schloss da? Ein von euch? Nein. Von da oben einer? Nö. Von einem, der runtergefallen ist, denke ich mir auch nicht. Nope. Dann rein hier. Jetzt möchte ich das Schachfeld kommen, ne? Ja. Ron, das ist deine Aufgabe. Du bist der Profi hier. Wie funktioniert das jetzt genau hier? Muss ich was machen? Au. Okay. Ich darf schon mal nicht runterfallen. Das ist gut. Okay. Was muss ich genau tun? Ah. Sehr gut. Oh nein. Ah. Fast gewonnen. Okay. Muss ich denn eine bestimmte Reihenfolge machen, oder wie? Harry, du bist mir im Weg. Harry! So, jetzt du. Gehst gerade aus und schlägst dann diesen Bauer. Nein, du wirst geschlagen. Genau. Ich krieg Leben. Jetzt du Bauer. Gehst nach da, wirst geschlagen. Und du schlägst ihn. Cool. Und jetzt wirst du geschlagen. Und du rätst aber weg. In den Turm. Okay, cool. Dann, äh, fährt. Nein. Ja, ich bin runtergefallen. Das seht nicht. Ich wurde geschubst. Oh. Wie gut ist das denn? Jetzt kommen die Königin. Die den Turm umschmeißt. Dann können wir jetzt... Dann können wir jetzt die Königin. Die die Königin schlägt. Ich liebe die Dynamation. Die sind super. Jetzt kommt der Bauer. Jetzt muss ich was zusammenbasten anscheinend. Okay. Ich baste mir eine Figur zurecht. Eine eigene Königin anscheinend. Die greift jetzt an und bekämpft diesen Bischof. Cool. Und bin damit schach. Matt. Ja. Hahaha. Ah, wir haben gewonnen. Hey, mein erstes Schachspiel, das ich gewonnen habe. Hurra. Ron. Ernsthaft? So schreiben wir Ron aus der Geschichte raus. Warte, wie schreiben wir Hermine raus? Oh. Oh. Oh, nein. Oh. Der Endbosskampf, der Endbosskampf. Oh. Aber das machen wir im nächsten Part, denn der... Ganz einfach, der Endbosskampf passt super zum letzten Part dieses Jahres. Ich denke zumindest, dass das der letzte Part des Jahres wird. Von Jahr 1. Von daher... Werden wir den Part hier. Zeitlich passt auch alles super. Von daher, ja, machen wir das. Dann... Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020